Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Within. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben hier in der Einsatzleitung aufgehört. Beziehungsweise, naja, in der Einsatzleitung nicht. Aber im Hauptquartier. Und ja, eigentlich bleibt uns gar nicht mehr so viel zu machen. Die Präzisionslaser, die bauen gerade. Jetzt wurde mir aber gesagt, dass der AENAF-Computer wohl auch dafür da ist, dass ich dieses Satelliten-Nexus bekomme. Deswegen würde ich gerne nochmal umswitchen auf diese Forschung. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber danke für den Tipp. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aliengranaten in sieben Tagen. Ja, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Zwei Satelliten bekommen wir noch. Das heißt, wir können drei... Oh, vier Laserpistolen fordern die. Und wir würden da ordentlich Geld für bekommen. Kann ich denn schon die Laserpistolen kaufen? Ja. Sieben Legierungen. Die würden sieben kosten. Ich brauche vier, macht 14... 28 grad mal. 28, das kriegen wir hin. Da gehen wir mal eben auf den Schwarzmarkt. Und... Kloppen drei Schweberleichen weg. Schon haben wir unsere 28. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir genügend Legierungen überhaupt noch am Start haben. Aber falls das der Fall ist, dann... Ja, sehr schön. Auftragteile 28 Legierungen nochmal mitgenommen. Mal schauen, wie viel hätten die noch vom Schwarzmarkt gebracht? Die Alien-Legierung 2. Okay. Würde also 56 hätte das gebracht. Wir machen trotz alledem noch immer Gewinn. Denn wir bekommen hier jetzt 165 Credits. Und dann liefern wir die Gegenstände einfach mal aus. Sehr gut. Also, das zusätzliche Geld können wir bestimmt nochmal irgendwie verwenden, indem wir zum Beispiel uns neue Waffen kaufen, oder? Laser-Gewehre würden 19 jeweils kosten. Da hätten wir nicht mehr genügend Legierungen. Dann holen wir uns erstmal drei. Ah, sehr schön. Da kommt wieder eine schöne Videosequenz und dann werden hier die gegnerischen Pappsoldaten weggesäppt. Ziemlich fettes Alien, muss ich ja mal sagen. Aber, ja, die Laserwaffe hat ihren Zweck erfüllt. Das Teil brennt munter vor sich hin und wir haben unseren Spaß dabei. So, nun denn. Das wäre erledigt. Äh, zehn Legierungen da oben steht es ja auch. Und, ja, wir gehen wieder zurück in die Einsatzleitung und scannen nach Aktivitäten, oder? Was meint ihr? Oh, scheiße, schon wieder ein Speer-Ufo. Ach so, ach, ah, ach, ja, alles klar, ich hab nichts gesagt. Ich dachte gerade, das müssen wir erst wieder abschießen. Äh, drei Unterstützer, ne, 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 ne. Du gehst erst mal wieder weg. Dafür nehmen wir, ja, würde ich sagen, eine von den beiden hier mit. Wie gesagt, ich würde gerne noch mal einen Sniper bekommen. Und dann passt die Aufteilung doch eigentlich schon wieder, ne? Wer ist das hier denn? Ach, klar, das ist doch Serena Black, natürlich. Ach, Mensch, wie konnte ich die nur gerade nicht erkennen? Ja, äh, legen wir so los? Nein, legen wir nicht, denn wir brauchen einen Pulsbogen. Den würde ich am liebsten meiner Sturmsoldatin geben oder aber, oder aber, oder aber Solensis. Ähm, Unterstützer wäre auch nicht so verkehrt eigentlich, ne? Äh, ja, komm, der bekommt mal eben noch mal. Ach so, warte mal, die müssen eh alle, ja, klar, ihr bekommt alle die Schalenrüstung. Oh, ich konnte gar nicht so viele Schalenrüstung bauen oder wie. Habe ich da jetzt einen kleinen Fehler gemacht? Höh, b, 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 b. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, sorry, jetzt war ich irgendwie mit meinen Gedanken total unsortiert, habt ihr wahrscheinlich gerade selber gemerkt. Äh, denn, ne Schalenrüstung braucht ja nur zehn Legierungen, das passt also genau. Sehr schön, dann können wir alle Leute mit Schalenrüstungen ausstatten. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, den Skyranger losschicken, ja, blablabla, also die neue Soldatin soll mit. Ähm, Solensis, du bekommst trotz alledem, ja, du bekommst trotz alledem von mir. Ja, toll. Sehr schön. Äh, du bekommst natürlich auch noch ein Lasergewehr. Ja, obwohl, warte mal, der braucht das nicht so dringend. Oder doch, eigentlich ja schon. Ja, ja, du bekommst ein Lasergewehr und du bekommst den Pulsbogen. Sehr gut. So, Fischi, mein werter Freund. Und du bekommst natürlich auf jeden Fall auch, nein, nicht Individualisierung, Bewaffnung, eine Schalenrüstung verpasst. Sehr hübsch siehst du aus. Genie bekommt natürlich auch noch mal eine Schalenrüstung und ein Lasergewehr. Äh, ja, genau, das passt. Äh, er hier bekommt auf jeden Fall, oder was heißt er hier, sie hier, Serena Black, die bekommt auf jeden Fall auch noch eine Schalenrüstung. Und, ne, die behält die Schrotflinte, ja. Das passt, das passt, das passt. Dann kann nämlich genau die neue hier, die neue, bekommt auch eine Schalenrüstung und das Lasergewehr. Und unser lieber Ilja, der bekommt natürlich auch noch mal eine Schalenrüstung. Ihr seht schon, die Schalenrüstung bringt, im Gegensatz zu der Panzerrüstung, die nur ein Gesundheitsbonus bringt, ne, da seht ihr schon, äh, die Schalenrüstung bringt vier. Das ist aber schon mal ziemlich geil. Sonst keine Besonderheit, aber drei Lebenspunkte mehr, das sollte man nicht unterschätzen. So, unser Team sieht auch wieder mal ziemlich futuristisch jetzt aus. Und wir starten den Einsatz. Wir sollen den Außenweltalien fangen. Vielleicht bekommen wir das ja sogar in dieser Runde hierhin. Das wäre auf jeden Fall ziemlich pornös. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir es schaffen. Äh, wir gehen in den Angriff. Ich könnte natürlich auch das jetzt... Oh Gott, schrei doch nicht so. Ist mir egal, was der labert jetzt. Ich könnte natürlich den Außenweltalien jetzt nochmal über den Haufen ballern. Und hoffen, dass noch weitere Ufos abstürzen. So, dass die Leute sich aber ein bisschen beruhigen. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja, ja, ja. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob das jetzt ein schwerer Einsatz ist oder was. Du gehst mal hier vorne außen hin. Und sie sieht direkt drei Mutons. Drei Mutons. Ist das dein Ernst? Und natürlich verstecken die sich alle. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Okay, hau du mal wieder ab. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Die sieht die Mutons sogar von hier, ey. Und die können auch noch Granaten werfen, ne? Das ist mit mir auch klar. So, ich meine, ich könnte natürlich auch Granaten werfen, aber... Ey, das ist aber so scheiße, ganz ehrlich. Okay, geh du mal da hin. Also, unfairer... Nein, Feldposten nicht. 35, 28, 35. Ja, probier es aus, ey. Daneben. Das war ja wohl klar. Das war ja wohl klar. Ja, so, Fischi. 38 Prozent. Okay, warte mal. Machen wir anders. Fischi. Du rotz mal eben deinen Raketenwerfer da hinten rein. Und zwar so, dass wir... Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen dämlich, wie ich das mache, weil ich denen erstmal die Deckung hätte wegballern sollen. Okay, ich muss so schießen, damit ich die beiden da oben treffe. So, Fischi. Dann zeig mal, was du kannst. Nice one. So, dann kriegen wir hoffentlich zwei Mutons in meinen Tod. Warte mal, wo ist mein Sniper? Wo ist mein Sniper? Ilja, sehr gut. Da ist er doch. 52-prozentige Chance. Wollen wir es riskieren? Wollen wir es riskieren oder wollen wir es nicht riskieren? 78, 78. Ich glaube, ich ballere den jetzt einfach so weg, dass ich zumindest schon mal ein Problem weniger habe. Oder? Ja, ja, ja. Gegen einen Muton wird das Team hoffentlich noch antreten können. Das dürften die noch schaffen. So, Scarlet. Warte mal, erstmal habe ich doch hier hinten noch, genau, mit Sturm und Schuss noch wehen. Mit Sturm und Schuss haben wir auch noch wehen. Die könnte hier vorne hinrennen und den hier nochmal eine verpassen. Das würde natürlich auch gehen. Äh, gut. Das heißt, du, mein lieber Freund, gehst hier vorne hin, Solenzis. Und triffst jetzt... Ey, du musst den jetzt treffen, ne? Sehr schön. Solenzis, auf dich ist Verlass. So wünsche ich mir das. Und Serena Black macht jetzt mit Sturm und Schuss mal eben einen kleinen Spurt nach hier vorne. Und schießt dann auch noch auf den verbliebenen Muton. Sie sieht ihn nicht. Okay, dann halt Feldposten. Ne Aliengranate müsste sie überleben, theoretisch. So, mal schauen, was er macht. Er wird schießen, oder? Ja. Er schießt. Auf die Leute ohne Deckung. Auf... Fischi mal wieder, wa? Oh, Mann. Es erwischt auch immer Fischi, da. Es erwischt auch immer Fischi. Nun denn, vielleicht hat Fischi immerhin die Chance. Fischi, geh mal da oben hin. Äh, nochmal ein bisschen Schaden. Ein... Och, Fischi, was ist denn los mit dir? 31% geschoben. Ne, 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 komm. Fischi wird gleich eh nicht mehr so wirklich mit nach vorne kommen. Habe ich jetzt mal eben beschlossen. Deswegen wirf einfach mal die Granate, mein lieber Fischi. So. Serena Black. Keine Deckung weit und breit. Dann stellt sie sich halt... Hier wird auch gehen, wa? Ne, geh du mal lieber da oben hin. Von da aus dürftest du den ja wohl auf jeden Fall treffen. Verursacht bis zu 5 Schaden. Da komm schon. Jetzt mach einen kritischen. Geh doch. 6 Schaden. Ein Mutant-Problem weniger. So, jetzt können wir die Leute hier auch ein bisschen nach vorne schicken. Die brauchen jetzt erstmal keine Angst haben, dass da doch noch irgendwelche Gegner aufkreuzen. Ähm... Er hier hat doch einen... Ne. Ach, er hat den... Ah, shit. Okay, jetzt hab ich's ein bisschen vercheckt. Äh, ja. Rennen alle nicht ganz so weit nach vorne. Nicht, dass wir gleich die nächsten Gegner aufschrecken. Du gehst hier hin. Und lädst schon mal nach. So, Ilya würde ich auch gerne nachladen lassen. Deswegen geht er mal eben hier vorne hin. Und dann lädt er nach. Wir heilen Fischi, Leute. Wir heilen Fischi. Habe ich jetzt gerade noch mal so entschieden, dass Fischi geheilt wird, ja. Die Ginny, genau. Die ist für die Heilung zuständig. Äh... Das heißt, Fischi, du gehst mal eben... Du gehst einfach mal gerade neben sie. Und... Kannst dann auf Feldposten gehen. Warte, warte, warte. Und hier muss jetzt erst mal geheilt werden. Ja, echt mal, Fischi. Stell dich mal nicht so an, ey. Du kannst einfach noch kämpfen, du alte Pussy. So, wir brauchen Deckung. Du gehst hier vorne hin. Und gehst auf Feldposten. Ich glaube, es ist eine sehr schwere Mission, meine lieben Freunde. Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt nicht, warum die Mutons... hier zu dritt sein sollten. Ich glaube, das kommt nur, wenn es eine schwere Mission ist. So, du gehst da vorne hin. Ein Meltcontainer, drei Runden. Also nach dieser zwei, wenn er spurtet, könnte er es schaffen. Aber... Soll er hier vorne hin? Ja, komm, du gehst mal ein Stückchen weiter. Keine Aliens, sehr gut. Serena Black, du gehst einen nach vorne. Würde nämlich gerne nochmal nachladen, erstmal mit dir. Sicher ist sicher. Und dann sind schon wieder die Aliens dran. Oh no, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. So, die Genie. Oh, da sieht er sogar demnächst wohl noch den nächsten Meltcontainer. Er geht hier hin, eine Runde. Kann zum Meltcontainer gehen. Kann ihn noch mitnehmen. Ja, geh da hin. Keine Gegner. Das ist schon mal schön. Lad deine Waffe mal nach. So weit vorne, der Bengel, ey. So, Serena Black. Die Schwester. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich will aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Okay. Dann würden wir das natürlich gerne bergen. Da kann man bestimmt schöne Sachen mit machen. Und du gehst auf Feldposten. Genie. Du könntest mal richtig schön sprinten eigentlich, ne? Ne, warte mal. Das ist ja die mit den Medi-Packs. Das ist mein Sniper. Der geht erstmal auf Feldposten. Ähm. So, was machen wir denn mit dir? Du kannst aber spurten eigentlich. Du spurtest mal da vorne hin. Ist er hier? Warte mal. Wer ist denn? Das ist Fischi. Hat er hier das Dingens? Ja. Ach, er hat den. Alles klar. Müssen wir aufpassen. Dem darf nicht allzu viel geschehen. Der muss nämlich hier noch dieses Außenwäldler-Alien abfangen. So, dann gehst du hier auf Feldposten. Und Genie. Die kann sprinten. Die spurt immer hier oben hin. Da hat sie eine schöne Stellung. Kann zwar nicht mal auf den Feldposten gehen, aber egal. So, die Gegner sind dran. Im UFO scheint auf jeden Fall Party zu sein. War ja aber schon klar. Und da sehen wir doch direkt mal eben drei Schweber. Yo, geiles Ding. Da knallt sie direkt einen weg. Fischi ballert auch nochmal los. Alter, macht mir jetzt nicht dieses Ding da kaputt, was da drin ist. Und, wow. Elia hat auch noch wen weggesnipert. Ja, so schnell ist nur noch ein Schweber da. Und Genie hat eine 62-prozentige Chance, den zu treffen. Schweber haben wir ja auch schon verhört. Deswegen könnten wir den über den Haufen ballern. Gar kein Problem. Ich überlege gerade. Müsste ich nicht eigentlich Plasma-Waffen jetzt auch von denen abgenommen haben? So, du gehst mal eben da vorne hin. Klaust uns dann das Melt. Und spurt es dann nochmal hier hin. Ne, jetzt mal ohne Witz. Ich hab doch die Mutons getötet. Haben die noch Plasma-Waffen, oder nicht? Oder wo hab ich jetzt den Denkfehler? Keine Ahnung. Geh du mal da rein. Da ist der Außenwäldler. Scheiße. Aber auch noch drei Schweber, meine werten Leute. Auch noch drei Schweber. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so das, was ich mir gewünscht habe. Deswegen haut sie erstmal wieder ab. Erstmal hier schnell weg. So, sie könnte jetzt hier vorne hingehen. Und geht dann auf Feldkosten. Fischi. Mein werter Fischi. Geht Fischi noch ein Stück nach vorne? Ja, ruhig, ne? Oder? Ja, komm. Fischi, du hältst das aus, oder? Du bist so hart im Nehmen. Dann gehst du hier auf Feldkosten. Und Ilja. Was? Der kann sogar wen sehen? 68%ige Chance. 55% kritisch. 68%ige Trefferschance. Soll er es mal riskieren? Ja, warum eigentlich nicht, oder? Daneben. Oh, so ein Pech. Aber auch egal. Dafür hat er vorhin wen weggesnipert. Und die Gegner sind dran. Mal schauen. Ich hoffe, wir kriegen den Außenwäldler. Wer sieht den da jetzt? Ah ja, alles klar. Nice one. Wieder ein Gegner gekillt. So muss es sein. So stelle ich mir das vor. So, da kommt der nächste Schweber. Der Außenwäldler geht dort hinter. Okay. Oh, schießt auf den Typen, der ihn mal schocken soll eigentlich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde gelaufen. Sputest du da einfach mal weg, oder? Boah, da könnt ihr ja mega weit sputen. Ist nur blöde, weil das Sputen mir im Prinzip gerade nichts bringt, so wirklich. Okay, spute du mal hier vorne hin. Nein, shit. Oh, oh. Daneben. Also, Solensis, Schweingrad, mein werter Freund. Das hätte auch böse händen können. So, Serena. Serena. Na, die bleibt erstmal. Die geht mal auf Feldposten. Ich könnte eigentlich alle auf Feldposten stellen. Die könnte noch ein Stück nach vorne gehen. Und sie sieht. 57%ige Chance, den einen da drin. Okay, mal schauen. Daneben. Scheiße. So eine Scheiße. So, Fischi. Fischi, du solltest doch auf Feldposten gehen. Und Ilja, du gehst auch auf Feldposten. So, mal schauen, ob die aliens sich raustrauen. Ah, da hinten kommt ein Schweber. Fischi sieht ihn. Und ballert den ab. Sehr gut. Seht ihr wohl? Deswegen habe ich Fischi mitgenommen. So, wir müssen auf den einen Außenwäldler warten. Da ist der andere Schweber. Okay. Oh, der schießt da hinten auf sie. Nein, und trifft sie auch noch, ey. Also, die haben manchmal auch mehr Glück als Verstand. Er steht da und schießt. Nein. Fuck. Fuck. Alter. Rekrut Dubazana ist gefallen. So eine Scheiße. So eine Scheiße, ey. Das tut mir wirklich leid. Ey, damit habe ich nicht gerechnet, dass die das schaffen. Okay. Wenn er jetzt da reingeht. Ich weiß nicht mehr genau, wo der war, leider. Aber er kann weit genug gehen, eigentlich. Ah, sie kann ja auch Sturm und Schuss machen, notfalls. Sie könnte aber erstmal sich hier hinstellen. Genau. Da reinschauen, um zu gucken, was da eigentlich los ist. Ah, der Außenwäldler steht genau hier hinter. Ey, dann machen wir es anders. Du machst jetzt nochmal Sturm und Schuss aktiv. Stellst dich dann einfach genau neben den. Und hundertprozentige Trefferchance. Boomchakalaka. Der ist tot, ey. Da rächen sie auf jeden Fall jetzt nochmal unsere gefallene Soldatin. Scheiße, wie viele Chancen hast du denn, den zu betäuben? Sehe ich jetzt noch nicht. Aber es kommt niemand weit genug. Scheiße, ey, dass es sie erwischt hat, ne? Oh, es tut mir wirklich so leid, ey. Ah, Mann, 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 ey. Manchmal. Obwohl, halt, warte mal. Muss mir das überhaupt leid tun? Nein! Das ist ja nur der Rekrut gewesen. Das war doch gar keiner von euch. Deswegen kommt mir der Name auch so mega unbekannt vor. Du Bazzaner, das ist ja, das ist gar keiner von euch. Ich hab grad schon überlegt. Boah, macht mir nicht so ein schlechtes Gewissen jetzt schon, ey. Äh, ja, okay. Ähm, Solensis. Das ist jetzt natürlich mega risikoreich, wenn der jetzt versucht, den zu erwischen. Und damit auf die Schnauze fällt. Obwohl, Fischi, nee, der hat keine Granate mehr, aber sie hier hätte noch eine Granate, ne? Nein, eine Rauchgranate, nur Scheiße. Hat hier keiner mehr eine Granate? Du hast eine Granate, aber du bist aber ein bisschen zu weit weg. Könnte sogar auf den schießen. 53%ige Trefferschance. Okay, dann müssten wir uns darauf verlassen, dass der 50-50-Joker dann trifft. Okay, warte mal. Wir stellen uns einfach genau daneben. So, Solensis. Den könnten wir jetzt aber wirklich verlieren, wenn wir Pech haben. 70%ige Trefferschance. Sehr gut. Geht doch. Geht doch. Solensis, ey. Jo, zwei Meltcontainer. Ah, weil wir schnell genug fertig waren wahrscheinlich. Weil wir schnell genug fertig waren. So, okay. Ja, die Rekrutin. Ah, scheiß auch drauf, hätte ich fast gesagt. Ist nicht so wild. Können wir mal so sagen, ja. Ist nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem natürlich ein bisschen ärgerlich. Vertane Chance. Wer weiß, vielleicht wäre ja ein Sniper daraus geworden. Und wir haben den Außenwälder gefangen, meine werten Freunde. Wir haben ihn gefangen. Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach, innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten. Ja, das machen wir auch demnächst, aber zumindest den Alien-Navigationscomputer würde ich gerne noch machen. Oh, wir haben wieder ein paar Beförderungen. Naja, so ein Pech, dass der gefallen ist hier. Fischi immer wieder sechs Tage verletzt, ey. Fischis Motto ist auch, Montag ist schon Tag. Ich weiß auch nicht, ey. Der ist mehr im Krankenhaus als auf dem Schlachtfeld. Also, Fischi, denk mal drüber nach, ne, über deine Arbeitseinstellung. Äh, ja, Ilia wurde befördert, Solenzis wurde befördert, äh, Janine wurde befördert. Das machen wir. Oh, und ein Verteidiger-Nadel, ist die neu? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, leichtes Plasma-Gewehr. Siehste wohl, ah, haben wir doch was geborgen, ne? Schauen wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Meine werten Freunde, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut für heute. Wir haben ja wieder mal 25 Minuten hier fast gezockt. Meine Güte, doch, wir waren wieder fleißig. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao.